Das Haus der Großmutter Meine Großmutter hieß Bertha. Sie und ihre Schwester Anna waren kaum ein Jahr auseinander. Aber sie waren so unterschiedlich, wie zwei Schwestern nur sein konnten. Und seine Geschichte Hiermit verfüge ich Bertha Lünschen, geborene Delwater, dass mein Besitz folgendermaßen aufgeteilt wird. Meine Enkelin Iris wende ich das Haus zu. Erinnerungen Kommt, wir springen von der Brücke. An unbeschwerte Sommer Essen? Oder drei Tage lang redet keiner mehr mit dir. Reife Äpfel. Im Juni. Erlebnisse, Erfahrungen, Entdeckungen Einer längst vergessenen Zeit Eine nie vermutete Liebe Ach, die Niete. Machst du dich jetzt lustig über mich oder ist es deine Art zu fragen? Die erst beginnt Jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich meinen alten Fluchtimpuls niederkämpfen. Ich hoffe nur, dass im Gegensatz zu früh so viel Würde nicht durchs Schlüssel auch zu gucken. Und mit einem Mal Vor 13 Jahren habe ich mir eigentlich für immer verboten, die Frage nach dem Warum zu stellen. Ist alles wieder da. Es gibt nicht auf alles eine Antwort. Nach dem Bestseller-Roman von Katharina Hagener Der Geschmack von Apfelkernen Hast du das Stip? Mh mhm. Fass oder stipp? Vielen Dank.